SEGA Seh doch an, das sind Kinder. Noch so jung und schon als Waffensammler unterwegs. Coole Waffen. Dafür würd ich ne Menge Kohle kriegen. Wie wärs, wenn ihr sie hergebt? Junge, wir sind zwei gegen einen. Und diese Waffen hier sind viel größer als deine. So viel zu zwei gegen einen. Ja. Aber Kinder abzuknallen ist nicht gerade meine Art von Spaß. Waffen fallen lassen. Sofort. 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 Er war noch nicht fertig. Kommt bei Blechbüchsen schon mal vor. Hat schon vielen guten Soldaten das Leben gekostet. Wie war das jetzt mit unseren Waffen? Nee, ich glaub wir schulden euch was. Ich hab meine Meinung geändert. Na sowas. Ziemlich gefährliche Arbeit für Kids wie euch. Wir tun was wir müssen. Der Widerstand zahlt gut für die Blechbüchsenwaffen. Von irgendwas müssen wir ja leben. Du solltest eine neue Arbeit für die Kids finden. Die meisten scheinen vergessen zu haben, wie man lächelt. Glaubst du, wir hätten eine andere Wahl? Sieh dich doch mal um, Mann! Keine Zukunft! Komm, Dan. Wir können hier nichts tun. Komm, Dan. 굳